Hallo meine lieben Zuschauer, hier ist euer Sascha. Jetzt geht's weiter wieder mit Juwelier. Von der Stufe 150 bis 225. Da fangen wir an mit den Goldbaren herstellen. Da, zack. Dann müssen wir... ...120. Und herstellen. Zack, zack. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Noch mehr, noch mehr. Gleich fertig. Und fertig. Stellen wir hier... ...Goldrahmen. 23. Zack. Und herstellen. Auffertig. Goldhaken. Tröt. Und herstellen. Kräutband. 6. Herstellen. Und... ...Kette. Kette, Kette, Kette. 4. Und herstellen. So, jetzt gehen wir in die... ...Entdecker-Phase. Und entdecken erstmal. Genau. Rahmen. Band. Und... ...die ganzen Brocken-Kram hier. Zack. Nächster. Rahmen. Band. Sonnenbrocken. Auch dahin. Steinbrocken. Rahmen. Band. Wieder ein Brocken. Und... ...die... 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 ...in... So. Rahmen. Haken. Ich brauche Unterstützung. Und... ...und wieder... ...ganz viele Procken benutzen hier. Und wieder ein Brocken. So, jetzt halt es wieder herstellen. Defikrane. Finger an. Und sieben. Geh wieder ins Herstellen. Rahmen. Band. Wieder ein schicker Brocken. Wieder Rahmen. Band. Und ein Brocken. Jetzt Ohrringe. Ich bin nahezu unbesiegbar. Grüß euch. Wieder ein Brocken. Und noch einen. Zack. Tja, da fehlt mir ein Brocken. Den hole ich mir noch schnell. Dann bis gleich. So, weiter geht's. Alles besorgt. Weiter machen. So, zack. Da ist mein Brocken. Und herstellen. Und herstellen. Und noch ein Brocken. Und herstellen. Und noch ein Brocken. Zack. Jetzt geht's weiter mit den Filigranen hier. Goldenen Filigranen. Herstellen. Nächsten. Nächsten. Oh, zwei. Nächster. Zweit. Nächster. Und wieder Nächster. Und Letzter. Das war jetzt die Entdeckung. Jetzt verbinden wir die hier alle. Zack. Nächster. Und wir mal wechseln. Dann sind das alle zusammen. Da oben. Muss ich hier mal hin und her scrollen. Goldner Rahmenhaken. Und wieder so ein Edelstück von uns. Da können wir sogar noch einen. Da können wir sogar noch einen. Das machen wir natürlich auch, ne? Jetzt stelle ich noch mal Goldpaarenfädelung. Goldpaaren. Mal schnell 10 her. Ein Haken. Oh, Platin. Platin. Platin wollen wir ja gar nicht. Da. Ein Haken. Und ein Rahmen. Letzter. Zack, zack. Und zack. Und fertig. Das war jetzt die Stufe. Genau. Oh, Mensch. 150 bis 225. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Stufe. Vom Beruf Juwelier. Euer Sascha. Tschüss.